Guten Tag liebe Studierende zu diesem Video. Ich möchte euch heute Skype vorstellen. Das ist eine IP-Telefonie, mit der ihr über das Internet ganz einfach andere Leute anrufen könnt, die ebenfalls einen Skype-Account besitzen. Oder ihr könnt auch aufs Festnetz anrufen, jedoch würde dies Kosten verursachen. Mit Skype könnt ihr ebenfalls auch Chat-Nachrichten versenden, sodass ihr auch eine asynchrone Kommunikation führen könnt, falls mal ein Kontakt nicht online ist. Ich möchte euch jetzt erst einmal zeigen, wie ihr Skype herunterladen könnt. Dafür suchen wir einfach Skype via Suchmaschine und gehen dann am besten auf Skype.com und rufen die Hauptseite damit auf. Skype gibt es zum einen als kostenloses Modell und als Premium-Modell. Auf der Skype-Seite kann man ganz einfach unter Downloads Skype herunterladen. Hierfür könnt ihr dann aussuchen, für was ihr das herunterladen möchtet. Für den Computer, fürs Handy, fürs Tablet oder für den Fernseher. Wir wollen ihn jetzt für einen Windows-Desktop herunterladen und klicken einfach auf Herunterladen. Es öffnet sich ein Setup-Fenster, wo ihr die Datei herunterladen könnt und sie anschließend installieren könnt. Die Installation überspringen wir jetzt einfach mal. Die ist auch hier Schritt für Schritt erklärt, wie man auch Skype einrichten kann. Nachdem ihr Skype dann installiert habt, könnt ihr Skype ganz einfach starten, indem ihr mit Doppelklick auf die Datei auf eurem Desktop diese öffnet und Skype startet sich dann. Dort könnt ihr dann einfach einen Account anlegen, so wie ihr das auch von anderen Programmen kennt, und euch einloggen. Bei mir ist das Passwort und der Anmeldename gespeichert, somit hat er sich jetzt automatisch eingeloggt und ihr kommt dann in dieses Übersichtsfenster. Dort habt ihr auf der linken Seite eure Kontaktliste. Bei mir sind jetzt alle eingeblendet. Ihr habt auch die Möglichkeit, zum Beispiel nur Leute, die online sind, einzublenden. Oder wie ihr seht, könnt ihr auch Facebook oder Lync, sowie den frühen Messenger von Windows damit verbinden und die Kontakte davon anzeigen lassen. In der Mitte habt ihr so eine Art Statusfeld. Dort könnt ihr sehen, was für Benachrichtigungen eure Kontakte jeweils eingeschrieben haben. Dann habt ihr hier oben ein Fenster, wo ihr euren Online-Status einstellen könnt, zum Beispiel, dass ihr abwesend seid oder ihr könnt euch auch als Offline anzeigen. In dem nachfolgenden Fenster steht dann euer Name. Wenn ihr darauf klickt, dann wird euer Profil auch angezeigt, wo ihr noch mehr Daten eintragen könnt. Wenn ihr dann wieder auf das Haus klickt, kommt ihr wieder in das Startfenster. Das Telefon ermöglicht euch dann halt zum Beispiel Handys oder Festnetznummern anzurufen, was dann aber dementsprechend Geld kostet und ihr dann auch Skype-Guthaben erwerben müsst. Oder ihr könnt auf verschiedenen Abonnements abschließen, sodass ihr dann einmal im Monat einen Tarif zahlt. Das nächste ist, dass man zum Beispiel Gruppenanrufe führen kann. Ihr könnt dann eine Gruppe anlegen mit mehreren Kontakten, mit denen ihr dann gleichzeitig telefonieren könnt, also Konferenzen anlegen könnt. Dies ist ganz praktisch zum Beispiel, wenn ihr kollaborativ an einer Präsentation arbeitet. Dies ist ganz praktisch, wenn einer aus der Gruppe den Bildschirm freigibt und dann könnt ihr zusammen zum Beispiel an einer PowerPoint-Präsentation arbeiten. Oder ihr könnt zum Beispiel auch einem anderen helfen, so wie bei TeamViewer, nur dass ihr halt nicht auf seinen PC direkt selber zugreifen könnt, sondern sehen könnt vielleicht, wo sein Problem liegt. Ebenfalls könnt ihr auch alle eure Webcams anschalten, sodass ihr halt mit euch gegenseitig sehen könnt, während ihr miteinander sprecht. Wenn ihr auf das Symbol daneben klickt, könnt ihr nach einem Kontakt suchen oder hinzufügen. Da kann man dann ganz einfach, wenn ihr den Namen habt, diese Kontakte hinzufügen. Gut, gehen wir wieder auf die Startseite. Skype richtet sich normalerweise automatisch ein. Ihr könnt eure Einstellungen am einfachsten überprüfen, indem ihr diesen Kontakt, den ihr automatisch in eurer Liste habt, anruft. Das ist einfach ein Sound-Test-Service. Ihr klickt ihn an und drückt dann auf Anrufen. Und ihr hört dann auch einfach eine Stimme, die mit euch spricht und eine Anleitung gibt, euer Mikro zu testen. Meistens befragt dann auch Skype nach einem Gespräch, wie die Qualität war und dann könnt ihr das bewerten und dann auch noch Feedback geben. Falls ihr dann Probleme bekommt mit euren Mikro-Einstellungen, dann solltet ihr am besten hier oben im Menü auf Aktionen und dann Optionen noch klicken. Dort habt ihr dann auch mal die Möglichkeit unter Audio-Einstellungen zum Beispiel die Quelle eures Mikrofons einzustellen. Oder wenn ihr den Haken zum Beispiel hier rausmacht, dann ist keine automatische Mikrofoneinstellung. Dann könnt ihr manuell die Lautstärke anpassen, ebenfalls wie bei Lautsprechern. Wenn ihr auf Video-Einstellungen geht, dann könnt ihr auch gucken, ob eure Webcam erkannt wird und funktioniert. Und ihr habt dann halt noch verschiedene andere Einstellungen, die ihr hier ausprobieren könnt, um Skype einzurichten. Ich hoffe, ich konnte euch Skype ein wenig näher bringen und wünsche euch viel Spaß beim Testen und beim kollaborativen Arbeiten mit Skype. Auf Wiedersehen.